Für ihr neues Talg-Format hat sich Vanessa Mai etwas besonderes überlegt, sie geht mit ihren Gästen ins Fitnessstudio, doch ganz ungefährlich ist das nicht. Vanessa Mai, 28, ist einer der Megastars am Schlagerhimmel, mit ihrer lockeren, frischen Art begeistert sie ihre Fans, auch mit ihren sexy Tanzvideos schmückt sie ihren Instagram-Account, seit Anfang November präsentiert sich die sportbegeisterte Sängerin auf YouTube nun auch als Talg-Gastgeberin und lädt ihre Gäste zu sich ins Fitnessstudio ein. Autsch, dieser Sturz von Vanessa Mai im Video oben schmerzt schon beim Hinsehen. Gemeinsam geht es dann auf das Laufband, um bei etwas schnellerem Schritttempo mit viel Spaß über verschiedene Themen des Lebens zu plaudern, dabei ist nicht nur ein gewisses Maß an Ausdauer gefragt, sondern auch Koordination, wie sich jetzt herausstellte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020